Sie möchten die Excel-Programm-Datei Kleines Kassenbuch für ältere Excel-Versionen v03.xls Da möchten Sie alle Arbeitsblätter auf die Schnelle vergrößern oder verkleinern. Dazu werden Sie einmal dieses Fenster vom Excel-Programm als aktives Fenster, indem Sie einmal auf den Namen zeigen dieses Fensters und einmal die linke Maustaste drücken. Und danach brauchen Sie nur noch einmal die Steuerungstaste zu drücken und gedrückt halten und dann einmal an dem Mausrad drehen. Damit verkleinern Sie das auf die kleinste mögliche Stufe oder vergrößern das bis zu 400%. So, das war's schon. Ich würde einmal sagen, vielen Dank bis zum nächsten Video.